Heute war der erste Tag von der FarmCon24 und auf der gab es wieder einige News zum LS25. Wenn ihr keine weiteren News zum LS25 mehr verpassen wollt, dann lasst auch jetzt schon ein Like und ein Abo da und vergesst auf keinen Fall die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr die größte Änderung nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Damit es heute hier aber nicht ganz so eintönig ist, haben wir heute noch den lieben Gustav mit dabei. Moin Moin! Fangen wir zunächst einmal mit einer etwas kleineren Änderung an. Und zwar hat Giants uns vorgestellt, dass wir nun bei Ballenpressen nicht nur das Garn, sondern bei Presswickelkombis auch noch die Folie auffüllen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst unser Garn auffüllen und dann gegebenenfalls sogar noch unsere Folie, wenn wir eine Presswickelkombi haben oder allgemein nur unseren Wickler haben. Dabei legen wir jetzt nicht mehr bei einem Ballenwickler oder bei einer Presswickelkombi die Folienfarbe direkt im Shopmenü fest, sondern diese wird abhängig sein von der Folienfarbe, die ihr dann für die Palette kauft. Dafür bekommen wir dann vor allem für die Folie als neue Marke in den LS25 die Marke Running Wrap. Und wenn ihr eins davon dann nicht aufgefüllt habt, dann bekommt ihr momentan noch eine dicke rote Warnmeldung mitten auf eurem Monitor. Bevor wir nun aber schon mit dem nächsten weitermachen, ist noch ganz wichtig, alles was Giants hier vorgestellt hat, ist noch Work in Progress. Heißt, das ist noch nicht fertiggestelltes Material. Die arbeiten noch dran, aktiv, auch mit dem Feedback, was sie jetzt schon von uns als Spielern bekommen, von dem was sie publishen. Heißt, da ist noch nichts final, es kann sich noch ganz vieles ändern. Mithilfe eines neuen Fahrzeuges bekommen wir dann auch ein neues Feature. Durch das neue Fahrzeug von McDon wird es uns möglich sein, das Getreide ungedroschen in einer Schwart abzulegen, welche ihr dann im Nachhinein mit einem weiteren neuen Anbau wieder aufnehmen und reschen könnt. Aber mit dem neuen Fahrzeug soll man laut einigen Gerüchten auch Gras mähen können. Um dieses Feature aber ohne Mods nutzen zu können, solltet ihr den LS25 vorbestellen, was ihr gerne über die offizielle Giants Website mit unserem Creator-Code Schäber machen könnt. Zu dem McDon, welcher im Transportmodus etwas komisch ausschaut, bekommen wir außerdem ein Schneidewerk dazu, welches einen integrierten Schneidewerkswagen hat. Ein weiteres Feature, was von vielen Leuten auf vielen Farbenkommens mittlerweile angesprochen wurde und sich lange gewünscht wurde, ist sowas wie dynamischer Boden. Und Giants hat es endlich möglich gemacht, dass wir sowas in der Art bekommen. Dadurch, dass Giants nun einen neuen Weg benutzt, um ihr Terrain zu berechnen, ist es nun möglich, mit Hilfe des Gewichts eines Fahrzeugs den Boden neu zu berechnen und dadurch gewisse Fahrspuren abzubilden, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Aber mehr wie das wissen wir dazu auch noch nicht. Also wenn dazu noch mehr neue Sachen kommen, dann geben wir euch da auf jeden Fall Bescheid. Dadurch, dass Giants ihre Engine nicht nur weiterverwendet, sondern auch weiterentwickelt und dadurch viele Objekte und Gebäude auch genauer und detailreicher darstellt, ist es nun auch möglich, dass wir nicht nur dünnen und dichten Nebel bekommen können, der sich an verschiedenen Stellen sammelt, sondern man auch die Sonnenstrahlen wunderschön durch diverse Bäume durchstrahlen sieht. Dadurch wird natürlich auch eine neue Lichtberechnung benötigt. Und durch diese ist es dann wiederum auch möglich, dass wir super realistische Reflexion auf unseren Fahrzeugen bekommen können. Außerdem wurde auch der Regen noch etwas weiterentwickelt. So sehen wir mittlerweile richtig den Regen. Er wird auch vom Wind beeinflusst und wenn er auf dem Boden aufkommt, sieht man auch ein wenig, wie die Regentropfen zerplatzen. Jedoch wird sich kein Regen auf unserer Scheibe sammeln, und wir können ihn mit unserem Scheibenwischer wegwischen. Diesmal hat Giants eher auf die kleinen Details geachtet und durch diese wird das ganze Spielerlebnis viel dynamischer, denn dadurch interagieren nun die Produktion und Verkaufsstellen mit dem, was ihr abgibt bzw. verkauft. Speziell wurde dieses Feature an einem Gebäude auf der amerikanischen Karte beschrieben. Und zwar ist das diese Markthalle, so sollen laut Giants, wenn ihr dort Tomaten verkauft, auch die Tomaten in den Körmen landen, aber offiziell haben wir dazu nichts gesehen. Durch das nächste Feature, was wir uns gleich anschauen, ist es Giants möglich, nur noch die Karten mit ihren Feldern etwas runter zu gestalten und somit ein abgerundeteres Spielerlebnis zu schaffen. Was ihr hier sehen könnt, ist das neue Minimap-Design für die amerikanische Karte. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann lasst doch gerne einen kleinen Kommentar unter dem Video da, damit wir wissen, dass da Interesse besteht. Das Feature, wo man den Eindruck hat, dass Giants am meisten Zeit reingesteckt hat, ist auf jeden Fall der neue Helfer. Das Feature, wo man den Eindruck hat, Denn er soll auf jeden Fall viel erfolgreicher sein, wie seine Vorgänger. Sollte natürlich auch so sein. Denn er erkennt automatisch das Feld, fährt mittlerweile auf Vorgewende, wie die Helfer aus dem Mod GPS. Und dadurch ist es ihm auch möglich, auf dem Feld zu wenden. Dadurch, dass der Helfer nun auf dem Feld wenden kann, entstehen viel weniger Unfälle, der er nicht so oft vom Feld runterfahren muss. Das war auch damals der Grund, warum Giants die Felder immer so groß und weitläufig gestaltet hat und die Felder rum viel Platz war, keine Bäume. Aber nun, durch den neuen Helfer, ist das alles möglich. Auch wenn die Kursgenerierung im Debugging vielleicht etwas komisch aussieht, das muss so und wird aber auch noch weiterentwickelt. Dadurch kann nun Giants auch die Felder nicht mehr nur eckig gestalten und auch der Helfer an sich kommt natürlich mit diesen komplexen Feldformen dann klar. Das war es damit, aber auch erstmal mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da, schreibt einen kleinen netten Kommentar für den Algorithmus. Und wie gesagt, wenn ihr keine weiteren Informationen mehr zum LS25 verpassen wollt, dann abonniert und aktiviert die Glocke. Und damit würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Video. All around the world, farmers know farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time. A wise man once said that the best lessons are learned under the wide-open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. It can help you see yourself and the world in all new ways. And the art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest. And the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah, it's pretty darn good. Is it missing something? You're too cute, eh? Maybe some fresh spinach for a change? You're too cute. I think it's very unique. I think it's pretty gorgeous.